Leute, heute spielen wir den Ragdoll Simulator und zwar, ich freue mich schon mega drauf, denn ich liebe solche Simulatoren. Ihr seht schon, wir haben hier einen kleinen Parcours, aber die Physik ist wieder ziemlich realistisch und Leute, ich finde das immer so geil. Wir gehen mal direkt hier hin. Wir sind so ein kleiner Dummy hier. Bumm, was können wir hier machen? Wow, ah, da ist der Ball, easy. Okay, und da können wir uns safe wegschießen lassen. Einmal kurz und... Und... Ah, da können wir das hier wegschießen, verstehe. Nicht uns, sondern die Geräte. Jetzt sind wir wieder an der Startposition. Muscle Strength. Oh! Jetzt bin ich wobbly. I understand. Was ist das hier? Oh. Oh. Nein. Oh. Okay. Oh lol. Bisschen Bug-Using. Nein! Moment, wenn wir jetzt Switch Physics drücken. Oh. Warte, nein. Richtig schlecht. Ah. Oh, nein. Oh. Dumm. Erstmal haben wir es so gut geschafft. Yes. Okay. Jetzt machen wir das hier. Nein. Vielleicht sollten wir ein anderes Level erstmal ausprobieren, um erstmal so reinzukommen, bevor wir in den Parcours rein starten, Leute. Oh lol. Ich bin Astronaut und ich werde... Umge... Ne... Ne... Ich kann das hier auf jeden Fall reinschieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt springen wir bis runter. Und wechseln den Modus. Nein. Wir haben es nicht ganz nach unten geschafft. Oh no. Wir sliden. Wir sliden, Leute. Wir sliden. Das ist ein Dropper hier. Boah. Aber vielleicht schaffen wir es sogar noch in das Loch. In das Main Loch. Oh, das läuft richtig gut. Nein. Oh mein Gott. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich dumm Kopf. Und jetzt. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es. Okay. Das Level war sau easy. Wir gucken uns hier einfach mal Polygon an. Oh wow. Das Level ist Polygon. Übrigens, Leute. Ich glaube, das ist ein russisches Spiel. Was macht das mit mir? Ah, es schiebt mich weg. Wow. Wow. Ah lol. Wir können auch Slowmotion machen. Hier, guck mal. Fußballfoul. Oh no. Wow, Slowmotion ist richtig cool. Moment. Achtung. Treppe. Oh mein Gott. Oh Gott. Das kann jetzt nur cool aussehen. La 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 la. Oh mein Gott. Wir fallen einfach eine Treppe runter. Und jetzt liegen wir hier. Und jetzt stehen wir wieder auf. Krone richten. Weiter gehen, Leute. Oh lol. Hier ist ein Berg zum Runterrollen. Let's go. Oh nee. Das wäre voll schlecht. Runtergerollt. Der will nicht runterrollen. Der hat keine Lust. Oh mein Gott. Das habe ich gerade erst gesehen. Okay. Das ist richtig cool. Jetzt. Slowmotion hier wieder. Und normal. Okay, okay. Wir sind immer weiter vorbereitet für den Parcours, Leute. Wir sind bald soweit. Let's go. Spring. Ein riesen Berg. Woher kommt die Musik? Alright. Da war irgendeine seltsame Musik. Jetzt sind wir ein Astronaut in den Bergen. Leute. In Österreich. Im Sommer. Okay. Können wir hier. Nee. Wir können hier auf jeden Fall nicht. Egal wie hoch. Wobei eigentlich schon. Wir können fast den Mount Everest hier einfach easy besteigen. Oh mein Gott. Ich habe was herausgefunden. Ich kann die. Okay. Dann lassen wir uns mal hier den Berg runterrollen. Slow motion. Spring hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Also ehrlich gesagt gar nicht. Oh lol. Das sah ja gerade komisch aus. Okay. Mein Kollege hier rollt jetzt sehr langsam den Berg runter. Oh Gott. Gleich kommt der Parcours. Der ist übel schwer. Fun. Danach suche ich die ganze Zeit. Lol. Das erinnert mich an Fall. What the heck? Das erinnert mich an Fall Guys. Zack. Okay. Easy. Wie schnell drehen wir uns hier? Gar nicht mal so schnell. Alter. Der Sprung war mega OP. Komm. Steh auf. Steh auf Kollege. Jetzt müssen wir das hier wegschieben. Hier lang. Das sieht ultra aus wie Fall Guys. Okay. Ist hier ein Loch? Oh yeah. Aber das schaffen wir. Easy. Bumm. Das schaffen wir auch. Let's go. Und jetzt hier runter. Und hier uns weiter. Ah ne. Das könnte gefährlich werden. Wow. Wow. Okay. Das war gefährlich. Das hier kaputt machen. Hier runter rutschen. Was ist? Was ist das hier? Komm. Nimm mich mit. Nimm mich doch nicht mit. Steh auf. Oh mein Gott. Steh auf. Oh. Schnell weg. Fun Park. Okay. Der Fun Park. Der war easy im Vergleich zum Parcours. Dann machen wir jetzt wohl den Parcours Leute. Das Terminal. Aber bevor wir das machen. Lassen wir uns von dem Ding erstmal wegbouncen. Was wenn wir da ranspringen? Oh. Das war nicht so geil. Wow. Oh. Das war schon ganz schön weit. Komm. Steh auf. Okay. Ich bin ready für den Parcours. Wobei. Wohin geht es hier lang? Oh. What? Das ist ja übel cool. Oh mein Gott. Ich kann mich so krass jetzt wecknallen lassen hier. Butz. Ne. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Butz. Okay. Das ist cool. Hier bleiben wir auf einem stehen. Liegen. Oh. Mau. Okay. Da will ich reinlaufen. Da will ich so gern reinlaufen. Let's. Oh. Das war zu früh. Oh mein Gott. Das hat trotzdem geklappt. Wuhu. Nochmal. Verdammt. Nochmal. Verdammt. Komm. Steh auf. What? Ne. Das war. Das war Mau. Jeeha. Das ist so cool. Okay. Zurück to the spawn. Und jetzt kommt das Finale. Der Parcours. Let's go. Schade. Oh. Wie das auf einmal gewackelt hat. Hä? Ich bin ja mega schnell runtergespeedet gerade. Ach das dreht sich ultra schnell sehe ich gerade. Ja okay. Dann ist es kein Wunder warum ich das nicht schaffe du. Nein 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 nein. Nicht runter. Yes. Oh. Finally. Wir haben es endlich geschafft. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich im Prinzip einfach hier mal so. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Oh. Ey. Ich schaff das noch. Nein. Okay. Für das erste haben wir den Bogen jetzt raus. Okay. Mal gucken. Spring. Oh okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Aber wir können nochmal was versuchen. Jetzt warten wir bis das runter geht. Jawohl. Oh Gott. Dreht sich das schnell. Wow. Boah. Wie schnell dreht sich das. Nein. 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 Ich habe es so weit geschafft. Ja moin. Immer war ich zu weit links. Immer. Und jetzt auf einmal bin ich zu weit rechts. Ja moin. Den ersten schaffe ich immer. Und den zweiten auch. Aber dann kommt das Ding hier. Und da wird gar nichts gemacht du. Nein. Nein. Oh Mann. Okay Leute. Letzter Versuch. Dieser Parcours ist sowas von hardcore schwer. Der ist fast unmöglich. Würde ich fast sagen. Oh. Jetzt bin ich schon wieder hier rauf gelandet. Das ist immer richtig doof. Hier rauf zu landen. Nein. Oh. Jetzt könnt ihr mich verlieren sehen. In Slow Motion. Leute. Okay. Leute. Falls ihr denkt. Ihr könnt den Parcours schaffen. Das Spiel kostet 81 Cent. Ähm. Aber ich sage euch schon mal so. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Leute. Es gibt hier keine Checkpoints. Jetzt bin ich schon wieder hier drauf gelandet. Das will ich gar nicht. Okay Leute. Ich hoffe euch hat trotzdem die Folge gefallen. Falls ihr euch einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lass mich ein Abo da. Darüber freue ich mich ums mehr. Haut rein und ciao. Tschau. 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 Tau. Tau. Tschau. Untertitelung. BR 2018